Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Heute soll es mal um ihn hier gehen. Den lustigen kleinen Stöpsel R2D2 oder A2D2, je nachdem wie man es behalten möchte. Tja, dieser kam 2024 in der The Vintage Collection raus. Und zwar mit der Nummer VC149. Wer sich nun fragt, Moment mal, die hatten wir nicht schon mal? Ganz genau, die hatten wir schon mal und zwar 2019. Da war sie etwas schmutziger. Hier haben wir eine cleane Version. Und das ist aber die vierte Inkarnationsstufe. Die kam schon zweimal noch vor der alten VC158 raus. Und zwar einmal 2017 in der The Last Jedi Linie als Force Link 1.0 Version. Dann in der Solo Linie als Force Link 2.0 Version. Nun, diese hier hat natürlich kein Force Link mehr, weil die Force Link Version hatten ja alle einen Chip Intus. Hat diese nicht. Und was die auch nicht hat, gegenüber den Force Link 1.0 und 2.0 Version, sie hat keine Düsen mehr an der Seite. Hatte die VC158 aber auch schon nicht mehr. Ob diese Version hier was taugt und wie das Ganze ausschaut, das gucken wir uns jetzt an. Die Quantum Storm Star Wars Collection Kommen wir zur SM-Karten-Design. In der Frontseite ähnelt sie natürlich der VC149. Die Rückseite ist die Kartenversion 2.2. Das heißt also, sie ähnelt hier mit ihren zwei Bereichen wieder mehr der Vintage Original Trilogy Collection oder Vintage The Saga Collection. Die Vorderseite ist genauso wie bei der ehemaligen VC149 und ist ein bisschen heller geraten hier vielleicht. Aber ansonsten ist das Ganze fast gleich. Okay, wollen wir den R2 einmal aus seinem kleinen Mädchensarg hier befreien. Dazu schneiden wir hier einmal drumherum. Nicht zu viel einschneiden. Wer sich gerade fragt, warum ich nicht das andere kleinere Messer benutze, ganz einfach, ich finde es nicht wieder. Kann aber nur einer verbummelt haben und das bin ich. Das war das Schöne an der Sache. Aber vielleicht fürs nächste Mal finde ich es wieder. Klar, der Zettel, dass das Ganze hier eine Gewährleistung hat, verschluckbare Kleinteile etc. Legen wir das mal hier hin. Dann haben wir den eigentlichen R2 hier. Und das ist er, der R2D2. Klicken tut der Kopf nicht. Dafür kann ich den, wenn ich mich nicht ganz täusche, abziehen. Abziehen hätte ich fast gesagt. Nö, ja, wohl doch nicht so richtig. Das, was aber gehen sollte, ist, den Mittenfuß rauszunehmen. Genau, das funktioniert. Der Mittenfuß hier wieder auch mit einer Rolle. Genauso wie hier. Damit er über den Parcours gleiten kann. Und dementsprechend kann ich den hier dann auch wieder hineinsetzen. Das ist immer ganz schön, wenn diese Figuren so einen weiteren Fuß haben, respektive den dritten Fuß haben. Damit wir bestimmte Szenen dann auch nachstellen können. Denn es gibt ja durchaus R2-Modelle, die nur zwei Beine haben. Also sprich, diese beiden Beine und den Mittenfuß dann eben nicht mehr. Okay, das, was mich ein bisschen wundert, ist, dass wir den Kopf hier nicht abnehmen können. Was aber nicht zu sein scheint. Gut, macht nichts. Klicken tut er nicht. Schade eigentlich. Und ansonsten macht die Figur auch nicht viel. Das heißt also, sie hat hier keine öffbaren oder aufmachbaren Compartments. Dass man hier also irgendwie Werkzeugarme rausgucken lassen kann. Hinten sieht die Figur natürlich dann auch, ich sag mal, eher schmucklos aus. Aber so sieht er halt aus, unser R2. Was man sieht, sind hier am Kopf so ein bisschen verchromt, scheint es zu sein. Daher ist es nicht wirklich glänzend verchromt. Er sieht schon gar nicht schlecht aus. Und von daher ist das soweit in Ordnung. Wir gucken uns auch nochmal die Detailbilder an. Dafür werden wir natürlich dann einmal wieder die Kamera in eine andere Position richten. Wir gucken uns auch noch weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020